Am Strand von Florida Acht, neun, zehn? Na, was gab's denn da zu sehen? Die Caballeros der Copacabana, die rannten ihr immer zu hinterher. Da lief sie weg und wuschre gleich ins Wasser, da war ihr dran, sie beinahe noch in mir. Eins, zwei, drei? Na, was ist denn schon dabei? Es war ihr Itzi-Bitzi-Tini-Weenie, Yellow-Polka-Dot-Bikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi-Bitzi-Tini-Weenie, Yellow-Polka-Dot-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders denn hin. Acht, neun, zehn? Na, was gab's denn da zu sehen? Ja, in Venedig war Graf Biennale, ein Fotograf, der hielt sie für den Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini ne Schuss daran war. Eins, zwei, drei? Na, was ist denn schon dabei? Es war ihr Itzi-Bitzi-Tini-Weenie, Yellow-Polka-Dot-Bikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi-Bitzi-Tini-Weenie, Yellow-Polka-Dot-Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Und so zog sie den Bikini, den sie nirgends fahren kann. Ganz allein für sich zu Hause, in der Badewanne an.